Doriana Kuka, herzliche Gratulation. Goldmedaille in der Kategorie bis 78 kg für Kosovo. Wie ist es für dich heute gelaufen? Danke vielmals. Es ist gut gelaufen. Sicher kann ich noch besser kämpfen, als ich es gemacht habe. Aber es ist mein erstes Turnier in der neuen Kategorie. Und von diesen Umständen her ist es sehr gut. Ich bin zufrieden. Sicher speziell für dich, wieder auf Schweizer Mathe zu kämpfen. Was war für dich für das Gefühl? Ja, ich hatte natürlich das Publikum auf meiner Seite. Und es war ein sehr gutes Gefühl. Du hast jetzt nicht nur eine schöne Goldmedaille, sondern auch eine spezielle Uhr von Victorinox gewinnen. Das ist sicher auch nicht selbstverständlich. Ja, es ist eine sehr schöne Überraschung, dass man auch noch gleichzeitig ein Geschenk bekommt. Und nicht nur eine Goldmedaille. Das ist natürlich auch ein Ansporn mehr zum noch gewinnen. Danke vielmals.